Die Impasto-Technik ist mein heimlicher Favorit. Bedingt halt dicke Farbe mit rauen Strukturen, Emotionen, die mit Schwung aufgebracht werden und die mit Feuer und bunten Farben auf die Leinwand gebracht werden. Vincent van Gogh war ein wahnsinniges Genie. Seine neuen Techniken und seine Art, wie er seine Farben aufgetragen hat, hat uns sehr inspiriert. Und deswegen ist er für uns ein Vorbild.